Okay, falls irgendjemand im Chat weiß, wie ich Löcher in diese blöde Wassermelone reinkriege, dann kann das ruhig reinschreiben. Denn mir fällt gerade nichts ein diesbezüglich. Hier ist ja nirgends wo was Spitzes quasi, hier ist auch nichts mehr. Ist bei ihr im Keller noch irgendwas? Ich weiß es gerade nicht. Ne, hier ist ja sonst nichts. Stempelkissen und sie will die Daten haben. Was natürlich ziemlich hinterlistig ist, aber was soll man machen? Das Spiel sagt besorge Daten, also besorge ich Daten. Damit bin ich... Hier kann ich... Hier ist nirgends wo irgendwas Spitzes, wo ich Löcher mal reinmachen kann. Das ist keine guten... Nein, ist es auch nicht. Ich will es ja wenigstens mal probiert haben. Beim Rummel ist nur... Da steht Waltraud rum, da steht der Altar. Für den Altar brauche ich noch Kerzen, wahrscheinlich ein Buch. Das war letztes... Da steht der Altar. Wir sehen uns später. Hier ist nichts mehr. Tja, ich weiß tatsächlich gerade nicht wie ich weiterkomme. Ein Slushy-Automat, aber wir kriegen ja auch nichts als Slushy-Automat. Hallo Herr Fu... Hallo. Die ist auch nicht mehr hier. Tja, und hier ist nur noch dieser... Das Teil habe ich vernichtet. Mhm, aber... Ich möchte also gerne einfach... Besser nicht. Geht nicht. Die beiden Sachen... Geht nicht. Das lässt sie. Geht nicht. Könnt ihr den Ring wiedergeben? Worauf wartest du noch, Larry? Ich arbeite... Okay. Okay. Geht also auch nicht. Gut. Dann muss ich einfach mal gucken. Irgendwas muss noch sein. Irgendwo muss noch was sein, dass ich noch mit interagieren kann. Gute Art. Funktioniert nicht. Der weiß nicht, wo die Priesterin ist. Weißt du, wo die Priesterin von der... Ach, du meinst die Priesterin. Tag. Habe ich heute noch nicht gesehen. Toll. Sind sie immer noch hinter dir her? Ich weiß genau, dass sie... Illuminaten? Vegetarische Reptiloiden. Ach, die. Natürlich. Bis später. Okay. Vegetarische Reptiloiden. Hallo. Was gibt's? Was gibt's? Ach, du meinst die Priesterin? Schon lange nicht mehr gesehen. Mach... Ui, der Laden hat immer wenn ich ein... Mhm. Bis später. Hallo. Also alle nix mehr sagen. Gruselig. Nein. Die könnte ich noch gebrauchen. Hm. Die Kerzen stellen, da müssen noch Kerzen ran, die ich aber auch noch nicht habe. Genauso die Priesterin, die völlig verschollen ist. Kann ich dir helfen? Also... Ich war im... Ah, das... Man kann auch in... Also... Bis später. Gut. Ich bin mir also hier nichts. Hier ist auch nichts mehr, was ich noch benutzen könnte. Oben war erst recht nichts. Vielleicht liegt der eine Haarkopf da noch irgendwo? Nein. Klick. Unromantisch. Klick. Oh. Oh. Unromantisch. Romantisch. Unromantisch. Romantisch. Ach. Vielleicht ist das auch nichts. Die einzigen Location, die ich jetzt ist der Club und hier halt die Sachen. Machen wir mal hier erstmal. Leute. Was denn jetzt? Bis später. Okay. Wir haben dann noch wieder vollende Kaufkäufe. Dann gehe ich mal ins Techlabor. Oh wow. Komm mir nie wieder unter die Augen. Mhm. Okay. Nichts. Was? Im Office war auch nichts sonst. Mit dem ich Löcher irgendwo reinmachen könnte. Hier kann ich noch einen Kaffee ziehen. Das ist auch nicht. Das hilft mir nicht. Alles gut. Flutschiger Ehre. Das lässt sich nicht. Das hilft mir nicht. Damit erhält man Zugang zum Video. Mhm. Eine Mitgliedskarte mit der Polizist. Mhm. Der geht. Okay. Dann fällt mir nur noch der Club ein. Dass ich da irgendwas machen kann. Aber ich weiß nicht was. Das ist echt schon ein Viertel nach elf. Alter Schwede. Okay. New Lost Wages. Damit lassen sich vermutlich die Flammen abschalten. Ja. Die ja nicht mehr da sind. DJ geht voll ab. Mit dem Club. Hier unten. Viel Stein vor der Hütte. An die entscheidenden Stellen komme ich nicht. Das hilft mir nicht. Mhm. Hier wird wohl sehr. Nicht nötig. Tja. Dann. Weiß ich. Absolut. Gerade. Nicht. Weiter. Bring mir einen Drink. Hm. Vielleicht noch nicht zu den Tischen. Aber ich glaube da war nichts. Ne. Da war nichts. Ganz komische Bilder haben sie hier an der Wand. Aber ansonsten. dann. ein Unter kann nur auf der Straße. Ja. Dann würde ich mal eben. Speichern. 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 Und da ich jetzt absolut gerade nicht weiter weiß. Und der Chat auch gerade total tot ist. Würde ich sagen. Unterbreche ich jetzt hier die Aufnahme. Dass ich das für YouTube wieder schneiden kann. Und dann werde ich mir nochmal Gedanken machen. So innerlich so. Und dann mal gucken. Ob ich irgendwie hinter die Rätsel noch kommen. Oder ihr helft mir. Im Chat. Das wäre natürlich auch schön. Aber. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Alles was Sinn macht. Geht nicht. Und das ist normal. Erstens. Ich wette die macht ordentlich Krach. Hm. Also. Interessiert nicht mehr wirklich. Und da ist auch eine Sache nicht passiert. Okay. Kann man darauf was erkennen. Das ist. Irgendwas mit Klick. Okay. Das ist schon mal schon. Das ist glaube ich die Hochzeit. Das ist mit der Anwältin. Das kann ich nicht sehen. Das ist wieder hinter Gittern. Das. Keine Ahnung. Da seilt er sich irgendwo ab. Und das ist mit Fade. Das ist auch nur Klick. Das sehe ich aber auch nicht. Jetzt. Also. Ist die Hochzeit. Früher. Als das mit der Anwältin. Okay. Hm. Hm. Aber wie soll ich die denn identifizieren. Na. Ja. Ja. Ja.